Hallo und herzlich willkommen bei Mazda 6 von Rex Garage, diesmal hier im Livestream-Studio. Wir waren dieses Jahr zur Asia-Arena in Oschersleben auf der Motorsport-Arena und ihr seht das jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Untertitelung. BR 2018 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 Unseren Vlogs, das war das Ende, oder das ist das Ende, das letzte Video für dieses Jahr. Ich hoffe, nächstes Jahr geht es weiter. Würde ich erstmal sagen, von unserem Vlog verabschiede ich mich jetzt erstmal für dieses Jahr. Einen schönen Winter. Macht was an euren Autos. Ciao. Mitfahrt.